... Herr Röttgen, eine Sache müssen wir mal erklären. Sie haben heute gesagt, dass der Ausstieg aus der Atomenergie eine Revolution ist. Im Dezember 2010 haben Sie uns erklärt, dass die Verlängerung der Atomenergie eine Revolution ist. Ich finde, Sie sollten innerhalb der Union mal klären, was eigentlich eine Revolution und was eine Kontra-Revolution ist, damit man sich darüber verständigt. Herr Kollege Gysi, für die Klärung dieses Unterschieds stellen Sie doch sicher Ihre sachverständige Beratung. Aber selbstverständlich. Ich wollte das gerade, Herr Präsident Herrn Kauder, anbieten. Wer davon keine Ahnung hat, werde ich Ihnen das gerne erklären. Sie schätzt, Herr